Und dann Moinzen zum VfB aktuell mit allem gebündelt, was heute in diesem Deadline-Day passiert ist. Es hat sich gefühlt auch angefühlt, wie als wäre es jetzt bei Sky oder sowas und hätte es einen richtigen Arbeitstag. Es war einiges, einiges los an Gerüchten den ganzen Tag auf Twitter gewesen, das Transfer-Blade laufen lassen und so weiter und so fort. Und habt euch ja auf Insta, in den Instagram-Stories immer mitgenommen mit den aktuellsten News. Deswegen da gerne das VfB da lassen. Wie gesagt, da bekommt ihr es einfach noch schneller mit als hier auf YouTube. Alle Quellen zu allem, wie immer natürlich in der Videobeschreibung, ihr wisst Bescheid. Zuerst ein paar Namen, die ich so ein bisschen auf Basis von Name-Dropping quasi nenne. Namen als kaleistischer Satz, da war ein Dov Big dabei, Ukraine, 25 Jahre alt. Hülljung war dabei, großes dänisches Talent von Atalena Bergamo, 19 Jahre alt. Shomu Dorov wurde genannt aus den italienischen Medien, ein USB-Kiff von AS Rom, 27 Jahre alt. Ganz wild war dann der Name Polter, der mal kurz aufgekommen ist von Schalke, da war aber absolut gar nichts dran. Und Insider-Foren auf Transfermarkt.de wurde auch noch Care genannt, ein Innenverteidiger aus England, 17 Jahre alt. Zwei Namen, die jetzt noch ein bisschen härter verhärtet wurden, die auch einer rund um Deadline-Day, vor allem einer schon ein bisschen länger drin, nämlich Jakov Medic, sorry, Innenverteidiger von St. Pauli, ist nichts passiert. Leider muss man ja fast sagen, Pauli hat ihn einfach nicht hergegeben, aber das ist ja auch schon länger bekannt, wurde aber heute auch nochmal bestätigt. Dann natürlich Ludovic Ajork, keine Ahnung, wie man ausspricht, von Rasingen-Straßburg. Also die Aussprache, egal. Der wurde zwischenzeitlich sogar von Sport1 quasi als dann-Deal verkündet. Die Rede war da von 9 Millionen plus 2 Millionen Boni. Von Sky & Co. wurde das dementiert, ist auch nicht gekommen, wenn auch durchaus ein interessanter Mann gewesen als Qualitischer Ersatz. Hertha war ja lange an ihm dran, 28 Jahre alt. Und gab es auch Trainingsbilder dann von ihm heute, also das ist nicht passiert. Also bei Strasbourg Trainingsbilder von ihm in der Liga A letzten Jahre konstant getroffen. Letztes Jahr waren es 36 Spiele, 12 Tore, 8 Assists. Und jetzt kommen wir eben zu dem, was heute offiziell geworden ist, rund um den Deadline-Day. Gestern nochmal kurz war ja der Deadline-Day für die Ligen der beiden aufnehmenden Klubs, soweit ich weiß. Zwei Abgänge, Avucca wechseln mit sofortiger Wirkung zu Excesio Rotterdam in die Niederlande. Fahr hier zurück nach Dänemark zum aktuellen Tabellenführer Nordsjelland. Eine Einjahreslei, der dänische Klub, schreibt von einer Kaufoption der VfB nicht. Also mal gucken, ob einer dabei ist oder eben nicht. Mola und natürlich auch, wie hoch die dann wäre, auch klare Geschichte bei Fahr hier, wie hoch die dann wäre. Ob das dann ja durchaus als gescheitertes Projekt anzusehen ist, wenn eben Fahr dann doch nächsten Sommer dann wirklich tatsächlich weg wäre, fix über eine mögliche Kaufoption. Mola wechselt auch per Lei zurück nach England. Es gab so lange die Geschichten oder die Gerüchten, dass er schon ein bisschen Heimweh hat nach England zurück will. Auch bei ihm schreiben hier, wie bei Fahr hier auch, schreiben die Blackburn Rovers, Zweitligist aus England von der Kaufoption. Der VfB schreibt von keiner. Deswegen wird jeder dabei sein. Wenn Blackburn Rovers davon schreibt, dann wird jeder dabei sein. Der VfB hat es halt nicht getan. Klimovic war das gesamte Transferfenster auch ein Thema. Auch da war eine Laie im Raum. Spielt keine Rolle bei uns. Ist Gerüchte lange mit Elche gewesen. Nun wird es Arminia Bielefeld. Da hieß es in den Gerüchten, dass es eine Kaufoption gibt. Also in manchen Gerüchten hieß es, es gibt eine. In manchen Gerüchten heißt es, es gibt keine. VfB Bruder ist offiziell verkündet um 17.31 Uhr. Offiziell Ende war ja um 18 Uhr heute. In Deutschland ist Transferfenster. Natürlich kann man auch danach noch veröffentlichen, solange die Formalitäten und so weiter da vorher schon durch sind. Gleichzeitig auch Verlängerung seines Vertrags von 2024 bis 2025. Müssen hat es dazu auch, dass er in der Planung eine wichtige Rolle spielt. Vom VfB und von Bielefeld. Von keinem der beiden wurde eine Kaufoption in den Verkündungen erwähnt. Also ist wohl auch keine dabei. Dann natürlich der Neuzugang, auf den wir gewartet haben. Sascha Ersatz ist da. Serhu Girassi von Start Rennes aus der Liga, aus der französischen 1. Liga. Der Name wurde lustigerweise, um da noch ein bisschen das Zeitliche mit reinzunehmen von heute, quasi zeitlich. Mit der Bestätigung von Ayork, von Sport1, kam die Meldung vom Kicker, dass er auf dem Weg zu uns sein soll, zum Medizincheck nach Stuttgart. Wenn man später darauf zurückkommt, könnte auch sein, dass sich der Sport1 aber vertan hat mit den Werten, also den Zahlen. Weil die würden zu Girassi passen. Vielleicht haben sie nur gehört, ey, da kommt wer aus Frankreich für so und so. Vielen dachten, es wäre Ayork und es war doch ein Girassi. Denn da gibt es gleich ein paar Vergleiche, die stimmen würden. Dann Twitter-Journalismus, das Checken vom Flugplan war am Start. Da gab es was Passendes und so weiter. Ganz wild immer, was da auf Twitter abgeht, zu feierbar. Dann um 17.25 Uhr der Tweet von Dennis Bayer von Sky, dass er da ist, an der Mercedes-Straße angekommen ist. Medizincheck, die ist das. Ist ja kein unbekannter Name. Girassi war in der Bundesliga schon bei Köln. Da hat man ein bisschen eine schlechte Erfahrung gehalten. Den Namen kamen zu 16 vor Lille zu Köln. Kamen da wenig zum Zug. 16, 17, 17, 18. Da krachen der Abstieg von Köln. Da nur vier Tore in 15 Spielen. Oh mein Gott, die sind halt abgestiegen. In der Saison lief gar nichts so. In der zweiten Liga dann aber halt auch nur drei Scorer in 16 Spielen. Also nicht so stark. Das aber nun auch länger her. Er hat sich weiterentwickelt in Frankreich. 18, 19 bei Amillon. 23 Spiele, neun Tore, eine Vorlage. Das geht voll fit in der Liga A. Dann ging es eben zu Rennen. Dort in den letzten zwei Jahren hat er in der Liga A gespielt. Pokal, Champions League und auch die Conference League in der letzten Saison. 2021 hat er in der Liga zehn Tore und ein Assist gemacht. In 27 Spielen zwei Tore in vier Champions League Spielen. Letzte Saison 37 Spiele und neun Tore in der Liga. In der Conference League sieben Spiele, zwei Tore und zwei Vorlagen. Also nun 26 Jahre alt, schon einen Tacken erfahrener da mit 1,87 groß. Zehn Millionen Marktwert laut Transfermarkt.de ist Mittelstürmer. Hätte noch Vertrag gehabt bis 2025. In den Gerüchten war dann eine Leihe mit Kaufoption. Diese Kaufoption wurde dann auch von Dennis Beyer am Trainingsgelände vom VfB bestätigt. Habe den ganzen Tag ja Sky laufen lassen und so weiter. Wisst ihr ja, der Kicker hier berichtet dann auch von Zahlen, nämlich von niedriger sechsstelliger Leihgebühr und auch von einer niedrigen zweistelligen Summe als Kaufoption im Millionenbetrag natürlich für den Sommer 2023. Kicker berichtet, dass wir das gesamte Gehalt von zwei Millionen übernehmen, dafür aber keine Leihgebühr und dass es neun Millionen Euro sind im Sommer als Option. Wie gesagt, das wäre genau das, was ja auch zu Ajorke quasi die beiden Summen, die neun Millionen und zwei Millionen, haben sie ja genau zu ihm verkündet. Vielleicht haben sie es da einfach nur vertan. Keine Ahnung. Auf jeden Fall haben wir eine Kaufoption, die der VfB aus irgendwelchen Gründen nicht nennt. Aber wir haben eine sehr, sehr wichtig, immer wichtig. Auch Stardrenn hat dann in ihrer Verkündung die Kaufoption genannt. Sehr, sehr wichtig. Sportdirektor Sven Missetat, noch nehme ich die Zitate mit von Missetat und Gerasi. Serhu oder Serhu, ich weiß nicht genau, wie man ausspricht, hat seine Qualitäten auf nationaler und internationaler Ebene unter Beweis gestellt und hat in den verschiedenen Ligen und Wettbewerben wichtige Erfahrungen gesammelt. Wir sind davon überzeugt, dass er schnell ein wichtiger Faktor in unserem Spiel werden kann. Wir freuen uns, dass Serhu künftig das Trikot mit dem roten Postring trägt und begrüßen ihn herzlich beim VfB. Gerasi, es ist schön, zurück in der Bundesliga zu sein. Über Stuttgart und den VfB habe ich nur Gutes gehört. Die super Atmosphäre hier im Stadion kenne ich noch aus meiner Zeit in Köln. Ich freue mich darauf, meine neuen Teamkollegen hier kennenlernen zu dürfen, kennenzulernen und hoffe, dass ich mit Toren dazu beitragen kann, dass wir alle zusammen eine gute Saison spielen. Er bekommt die Nummer 9 und wird auch morgen schon am Morgenfreitag erstmals im Mannschaftsrenning stehen. Trotzdem, schon vorweg, ich tippe mal nicht, dass der für Samstag irgendwie eine Option ist, maximal die Bank. Damit im nächsten Sommer aber auch richtig Kohle auszugeben, weil auch da läuft da die Kaufoption von Tomasch quasi ab oder wäre da fällig. Beide würden jetzt zusammen auf 20 bis 25 Millionen kommen, wenn du Gerasi und Tomasch verpflichtest über die Kaufoption. Bin gespannt, was wir da machen, ob wir die Kohle haben oder ob man sagt, wir holen nur einen davon oder wir holen gar keinen oder doch, wir holen beide. Bin gespannt drauf. Sky hatte quasi eine Kooperation mit Create Football. Die sind nochmal analystischer, draufgehen und gucken, ob die Spieler immer passen, diese Berichten. Und die sagen, er passt zu uns, gerade wenn Sosa bleibt. Man kann ihn über Flanken und lange Bälle, kann man gut mit ihm spielen. Abschlussfreudig ist er. Also auf den ersten Blick ein passender Ersatz für Sascha Kalajic. Man hat jetzt eine Laie, die jetzt scheinbar ja nicht so teuer ist. Und dann auch eine Option, also falls es überhaupt nicht funktioniert, muss er die ja nicht ziehen. Er geht zurück nach Straßburg, geht zurück nach Rennen und alles gut. Gerade eben nach auch der sehr, sehr späten Entscheidung und Verkündung, dass Kalajic eben zu den Wolves geht. Das hat es natürlich alles absolut nicht leichter gemacht für Sven Mislade. Deswegen bin ich zumindest schon mal sehr zufrieden, dass wir einen Ersatz geholt haben. Und natürlich nehme ich hier auch noch mit rein. Gab es keine Veröffentlichung vom VfB oder sowas dazu. Aber natürlich auch von Sky und so weiter. Die Bestätigung, Borna Sosa bleibt. Es gab die Gerüchte um Bergamo. Es gab die Gerüchte kurz um Inter, weil da ja Gussens Gerüchte kamen, dass er vielleicht gehen könnte. Also Gussens von Inter weg und dann Inter Interesse an Sosa haben könnte. Aber er bleibt noch vor Dragos 2025. Das ist sehr wichtig. Das ist sehr, sehr schön. Hat sich schon sehr oft zum VfB bekannt. Wird alles geben bei uns. Und damit, ja, bleibt, hätte ich ehrlicherweise nicht gedacht am Anfang des Fensters. Gerade Sosa aus diesem Dreieck mit Kalajic, Mangala und Sosa sollte sich spätestens jetzt als absoluter Fanliebling etabliert haben. Sosa, sehr, sehr schön. Freut mich sehr. Kuss geht da raus an Borna Sosa, dass er bleibt. Und auch Misslendat bleibt sich damit auch treu, Deals noch kurz vor Ende von den Transferfenstern abzuschließen. Wir erinnern uns, Mamush kam am 30.08. im letzten Sommer. Fahli am 31.08., war es dann noch der Deadline-Day, war im letzten Sommer. Und Tomas auch einen Tag quasi vor Deadline-Day im Winter am 30.01. Was wir auch tun, interessant hier, gab es eine Änderung in den Leihregelungen und diese reizen mir komplett aus. Seit dieser Saison darf ein Verein höchstens jeweils acht Profis aus- bzw. verleihen. Bin mir jetzt nicht sicher, ob Tomas da jetzt reinzieht, weil er ist ja noch in der letzten Saison geliehen. Auf jeden Fall hast du ja Gerasi geliehen, also ein oder zwei hast du gerade geliehen. Da alles okay. Die Verleihliste reizen wir dafür voll aus. Wie gesagt, haben sieben Spieler verliehen. Tibidi, Sanko, Bejas, Mola, Massimo, Fahir, Klimovic. Und stimmt, den habe ich jetzt gar nicht in meinem Skript und da fällt mir spontan ein. Wir haben ja auch noch Cissé verliehen. Aber kann auch sein, dass er da noch in der letzten Saison reinzieht. Der ist ja schon seit letzter Saison verliehen nach Polen. Ich hätte mir noch tatsächlich einen Innenverteidiger-Backup gewünscht. Man war ja an Medecz dran. Den hat Pauli wohl leider einfach nicht ziehen lassen. Hätte mir trotzdem noch gewünscht, dass man vielleicht da noch ein bisschen guckt. Weil die finde ich schon mehr oder minder dünn aufgestellt. Unsere Defensive, gerade was die Bundesliga-Qualität einfach angeht. Die Dreierkette steht, alles cool. Ito, Anto, Mafopanus, alles cool. Aber dann in der Breite wird es halt schwierig, weil du jetzt auch Mola abgegeben hast. Ja, dann hast du halt noch einen Stenzel, der das spielen kann. Innenverteidigung. Dann hast du noch einen Aydonis, der aber eigentlich auch überhaupt keine Rolle spielt bei uns. Also in der ersten Mannschaft keine Rolle spielt. Avucca spielt auch keine Rolle, aber du hast ihn trotzdem abgegeben als Innenverteidiger. Und dann kannst du halt von mir aus noch einen Karassohn bei Innenverteidiger spielen lassen. Und von mir aus auch mal einen Endo. Aber da fehlt die Breite, finde ich, extrem. Dass ich lass mal da ein, zwei Leute oder einmal sich wieder lange verletzen oder doof verletzen oder wieder irgendwie ausfallen. Dann könntest du Probleme haben. Außer natürlich, man stellt wieder um auf Viererkette. Dann brauchst du noch zwei Innenverteidiger. Aber da ein bisschen dünn. Trotzdem, ich will jetzt hier nicht so tief in den Fazit gehen oder sowas. Kann man ja nochmal ein extra Video draus machen aus dem Transfer-Fazit und Kader-Fazit quasi. Das sprengt aber hier in den Rahmen, finde ich, das wird es gewesen sein mit den Transfers für diesen Sommer. Kurz Fazit, sehr, sehr stark, dass Sosa bleibt. Sonst sind ja die Abgänge keine allzu relevanten für die erste Mannschaft, für den Kader quasi, der für die Spiele bereitsteht. Und natürlich auch sehr wichtig und gut, dass man Gleitisch ersetzt hat. Mal gucken, wie es mit Gerasi wird beim VfB. Ich bin zuversichtlich. Lasst mir gerne eure Meinung in den Kommentaren da. Danke fürs Zuschauen. Lasst mir gerne auch das kostenlose Abo da, falls ihr neu am Start seid hier. Und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ciao.